Ja, das würde ich mir durchlesen. Am Anfang und Ende. Einfach nur um rauszukriegen, wo ich was finden kann. Hier vielleicht? Wir gucken nochmal jetzt hier in der Burg nach, ob man da vielleicht etwas passendes findet. Wo ist sie denn? Ach, da unten im Wasser wieder. Gucken wir uns dann. Frag ihn doch selbst! Ja eben, hier bin ich. Frag mich, frag mich. Ich habe euch ja bis jetzt doch nie getraut. So. Die Steuerung ist immer ein bisschen anders bei Tomb Raider. Jetzt habe ich vorhin gerade nochmal eine Folge aufgenommen. Deswegen versuche ich immer zu rennen, indem ich auf die Taste draufdrücke. Auf die, auf die linke, ähm, auf den linken Analogstick. Aber hier unten überall ist schonmal keins, na? Ja. Die 40 von Bauern-Tempel wie euch behalten werden schon. Na, danke. Ja. Ja, geh rüber. Komm, wir gucken nochmal da hinten in dem Guard. Das ist unter uns. So, gucken wir doch mal, was man hier findet. Das sind Mole-Pfeile, die brauche ich jetzt nicht schon wieder sammeln. Das ist auch bloß Hahnfaser, das hilft mir auch nicht weiter. Diese große Lilane kann ich nicht sammeln. Ach, mein, mein. Am Ende ist die Gorgo ganz einfach zu besiegen und ich mache mir ja völlig umsonst eine Platte, richtigen Zutaten zu sammeln. Aber... Ich finde, das sollte man schon nutzen, wenn das schon in dem Spiel angeboten wird. Hey, Jormbo da, wir mal losziehen und uns die Bestie vorknüpfen. Der Alter vom Spiel. Haben die Leute nichts gegen deinen? So, da. Nö, das fährt jetzt noch nicht oben. Mach mal gleich. Pfeift er mir her ins Ohr. Du hast Augen wie eine Katze. Fängst du auch Mäuse? Hä? Ich so aus, als würde ich Mäuse fangen. ich glaube nicht langsamer und los und irgendwo neue pflanze entdecken können langsamer bis dahin auch nach langsamer danach suchen soll los los sind jetzt nicht wahr die steuerung auf dem fährt schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig einfach mal querfelde einreiten in der hoffnung dass uns eine pflanze auffällt die ich jetzt vorher noch nicht gesehen hatte mal was ist hier los was haben wir denn hier nicht zu schnell plätze nicht zu schnell plätze das ist es hier und holen naja auch etwas was man bis jetzt noch nicht hatten immerhin langsam das ist hundspetersilie garantiert ich nehme es trotzdem mit hier vorne sind hunde vorne sind hunde damit sind sie alle dauernd war nicht schwer aber alle habe ich mich wohl doch noch getäuscht einer war noch da werde ich seine rudel rechen alleine natürlich finde ich unrealistisch aber bitte versuchen da auch was aber das ändert jetzt trotzdem erstmal nichts daran dass ich immer noch suche also noch mehr Wölfe das ist ja nicht viel ist doch nur ein wolf die ja gar nicht warum wir uns mit denen anlegen müssen aber ich will gar nichts geben lohnt sich einfach nicht aber wenn sie unbedingt wollen ich will ja auch ich habe sie ja nicht verruziert ich habe das andere rudel getötet dafür müssten sie mir eigentlich dankbar sein und dann kommt der wark und die anderen Wölfe sind ja eigentlich wirklich nur leichte spielgefährten im vergleich zum wark deswegen mache ich mir da gar keine platte wenn sie kämpfen wollen bitte dann mache ich das halt ist nicht meine wahl aber ich bin kein feigling und renne nicht weg so wo sind wir denn hier das kommt mir doch bekannt vor ist das ja nicht dieser wie heißt der ja noch gleich Zuckerweg oder sowas wo die wo die wo das kleine mädchen verschwunden war wo die wo die mädchen wo die kinder eingestückt werden die umgezogenen nein ich werde jetzt nicht den mädchen wo leipfeil aufnehmen hier bleibst du hier so Nummer eins ist schon mal tot und der zweite wird auch gleich das zeitliche segnen so zack na komm na komm das war ja naja das hätten sie sich sparen können vor allen dingen na diese Druckwelle ist natürlich schon ganz schön geil gegen berittene man wirft sie einfach vom Pferd und schon sind sie so gut wie tot was ist denn hier passiert was denn hier passiert kann man aber leider nix machen haarschleierlinge sind die nicht Pilze eigentlich immer in der Höhle also bis hier zumindest in dem Spiel meine ich hatte ich jetzt außen noch gar nicht vorher gesehen Spitzwegerich haben wir gefunden hm hm was ist denn dort ist hier vielleicht irgendwo Mutterkorn die gibt's auch nicht ach das sind diese komischen Insekten da werde ich mal umstellen auf die Knie und kurz speichern damit wir haben wir wieder oben mit dem der 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 So jetzt sind sie erstmal alle tot. Kleines grünes Mutagen, kleines blaues Mutagen. Ein Embryo von denen gefunden. Das ist ja auch mal, ähm, ja. Sagen wir einfach interessant. Hoppala. Das wollte ich jetzt nicht. Vorne ist noch einer. Oder zwei vielleicht. Nur wie gerade der Langschwert nichts besonderes. Wow, was ist denn das? Eine Kriegerin? So was großes von denen habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber die werden es möglicherweise nicht. Alter Schwede, das hat mich jetzt gerade doch ein bisschen erschrocken. Aber nur wegen der Größe. Also eigentlich war es ja, es hat mich ja überhaupt nicht angegriffen, interessiert, irgendwas an mir gemacht. Weiß nicht, was es da gerade zu tun hatte. Da habe ich es ja bei irgendwas Wichtigen gestört. Printraube. Ist leider auch nicht das, was ich suche. Da vorne ist schon wieder ein Banditenlager. Wo haufenweise Deserteure sich aufhalten. Ähm, werde ich dann auch gleich auslöschen, denke ich mal. Ich hatte eigentlich mehr Hoffnung. Mieswurzblattern. Aber hier sind wir schon mal in einer Region, wo es definitiv ein paar andere Pflanzen gibt. Aber das ändert leider nichts daran, dass ich nach wie vor nicht die Pflanzen hier finde, die ich suche. Neue Markierung, Waldhütte. Und da ist auch ein Aufgehangener. Gucken wir uns doch mal um ein bisschen. Scheint ja doch eine, ähm, leerstehende Hütte zu sein. Und da lasse ich mich natürlich nicht lumpen. Ui. Oh, verdammt. Was ist denn hier passiert? Ich kann nicht mit ihnen interagieren. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Aber... Es ist auf jeden Fall nichts Erfreuliches hier passiert. Wolfsbein. Ich weiß nicht, wenn ich wüsste, wer das war. Könnte ich sie ja rechnen, aber das bringt sie natürlich auch nicht wieder zurück. Ich weiß nicht, was ich gar nicht verletzten. Und das ist nicht so auf die Kälte, äh. Ich weiß nicht, was ich nicht mehr zu tun? Wohl. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du bist auch nicht. Ich weiß nicht. Du bist auch nicht. Ich weiß nicht, wie schon mal gehört.